Zwei Flugtickets bitte. Junior ist im Flughafen. Er spricht mit der Frau am Schalter. Kann ich helfen, junger Mann? Ein Flugticket nach Barcelona bitte. Wo sind deine Eltern? Entschuldigung, ich bin nicht sieben Jahre alt. Wie alt bist du? Ich bin acht Jahre alt. Ein Flugticket nach Barcelona kostet 200 Euro. Okay, wohin kann ich für 13 Euro reisen? Eddie, Juniors Vater, kommt zum Schalter. Junior, hier bist du. Was machst du im Flughafen? Ich habe einen Mathe-Test heute. Ich muss weit wegreisen. Okay, wie viel kostet ein Flugticket? 200 Euro. Wie viel kosten zwei Flugtickets? 400 Euro. Richtig, du bist perfekt in Mathe. Und jetzt geh in die Schule. Ja, Flugtickets. Wie alt, zwei. Na. Vielen Dank.